Unter Kraft versteht man die Fähigkeit des Nervmuskelsystems, äußere Kräfte und Widerstände zu überwinden, zu halten oder ihnen entgegenzuwirken. Alle Kraft der Menschen wird erworben durch Kampf mit sich selbst und durch Überwindung seiner selbst. Unglaublich, wie viel Kraft die Seele dem Körper zu leihen vermag. Ohne Kraft erreicht man nichts und Kraft muss man durch Kraft erlangen. Insieme Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018